das ist perle schlüssel seine ausdrücklich wurde umgebracht warte war ich hier ich glaube ich war hier okay das heißt wir gehen die andere seite aber gut bluten wir erstmal hier alles weg bluten wir erstmal ist weg hier bevor wir wieder weg gehen und habe mir schon gedacht dass jürgen ja doch hier war ich schon alles klar hier waren wir schon es gibt noch ein turm noch zwei türme oder ein turm noch auch in noch einer der oben ist okay alles klar das hat weh getan so dann ab zu den anderen genau der jetzt office schauen wir jetzt die waffe ist ziemlich geil von dem mit diesen angriff haut schon rein ich hoffe wir sehen ob das reinhaut oder nicht aber und ist jetzt auf ich habe gedacht damals ich muss wieder dieses ding suchen diese tiere jetzt jetzt auf alles ist jetzt auf perfekt deshalb hat sie gesagt du hast jetzt die erlaubnis da rein zu gehen das war damit gemeint naja ich verstehe ich verstehe ich verstehe eigentlich klar aber ja gut die hat ja noch irgendwas gesagt deshalb hätte ich jetzt auch gedacht dass wir zu der anderen dort muss seite mal den portal finden da ist eine truhe da ist wir haben ihre komplett outfit von der hexe geil geil okay outfit der hexe und hier ist ein portal ja mann ist hier noch was und rein da sehr geil auch wieder neues gebiet es geht es geht es geht immer weiter immer weiter wie groß ist das spiel unendlich groß hauptstatt einsel auch hier hier hat es uns der warte waren sie schon hier doch doch hier waren wir was haben wir wenn sie gar nicht warte mal war wie hat er doch nicht doch ich glaube hier war ich schon hier war ich schon ja 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 eine statue finden mit reine sprechen winziger rani haben wir gerade aufge mit witziger rani sprechen etwas stimmt doch nicht okay lass mal abgucken seit wann ist das ist da warum sagt er denn nix was ist hier kann ich wieder hier rein jetzt kannst du wasser fallen und kannst mit dir reden ach so ok 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 das heißt hier kann ich mit dem rani nicht reden aber erst da jetzt ok nehmen erstmal die alle items mit den rani haben wir jetzt mitgenommen so und jetzt gehen wir zu doch ist hier war das ja genau wasser fallen noch schauen ok boah junge wäre das wäre ja das wäre doch muss man ja wirklich mit zufall oder und mit witziger rani sprechen oh wir sind aber ganz schön hartnäckig mhm oder redet ihr einfach nur gern mit poppen gut gut ich hätte nicht erwartet dass nämlich irgendeine seele in diesen hülle aber Katzen und Sack ist gewährte ich euch ein paar freiheiten er bringt der grenzug für mich die eine leistung ok beseitigt diese heimvolle schatten die durch die lande namen rani hexe bereits besudelt du dir diese angelegenheit keine wider worte ok mit rani reden sprechen kurz mit der vergangenheit als himmlerisch jeder von uns hatte unsere zwei finger als nachfolger damals erhielte die bleib als basal speziell für die wünsche der himmels himmlischen aber ich wollte mich zwei fingern nicht fügen was sind das alles da sind alle irgendwelche finger ich werde nicht in solchen dinge seit der verfluchten zwei finger und ich einander was die unheilvolle schatten sie sind ihre assassinen dieses ja aber ich habe immer noch nichts bekommen ne ich muss jetzt jetzt muss ich ja jemand töten ne zwei fingern füge kehren weil du bleibst du mein treuer verbündeter obwohl was all himmlischer erschaffen wurde hat die zwei fange angestellt wo kommen versagt weiter ich beide sind gewillt mir zu viel zu geben doch beide verstehen es was jenseit dunkle pfade liegt jetzt dass du den weg folgen soll ich euch diese liste setzen groß hältst du ihr ich habe bereits viel gesagt ok ok aber welchen fahrt nach unten oder nach oben schon nach unten ne ok her aber wir waren doch schon hier oder wir waren doch schon hier aber lass mal gucken ob jetzt kommt so ein boss die schon wieder die schon wieder kommt hier Oh, Junge, diese Dinger sind nervig. Yeah. Extrem nervig, extrem nervig. Okay, 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 okay. Warte mal. Oh. Ah, unheilvoller Schatten. Ist halt der letzte. Boah, gar keinen Schaden gemacht, diese Waffe, ne? Boah. Die Waffe ist nice. Aua. Aua. Ey, die Godric-Waffe ist ja schmutz. Ich dachte, die ist geil. Die ist scheiße. Ja, das macht noch normal Schaden. Okay, scheiß drauf, kann man ausweichen. Oha, den musst du begeben. Ja, ich merke schon. Ey, puh, die Waffen gehen so. Ja, okay, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ist okay. Aber trotzdem, die Waffen sind nicht so geil. Die Godric-Waffe ist ja richtig, richtig lame. Dieser Angriff, was ist das? Zack. Der ist ziemlich lame. Und dieser mit dem Schwert geht. Mit dem Eis, meine ich. Der ist etwas besser. Aber nicht so geil, wie gedacht. Oh, aber das Eis ist geil. Das Eis hat auch gut Schaden bei dem gemacht, glaube ich. Okay, komm. Okay, weg, 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 weg. Ah, ich muss mich ein bisschen dran... Ah, aber das heißt, die Waffe als erstes... Halt zusammen. Hey, André, hi, was geht ab? Grüß dich. So, da steht der auf. Ja, ja, da kommt der. So, komm her. Komm nur her. Ah, habe ich dich erwischt? Boah, erwischt, Alter, ö, fast. Ah, warte, ich habe mich nicht gebaucht. Oh, perfekt. Hier, Stein. Komm her. Stein. Oh, ausgewichen. Stein. Oh, wieder ausgewichen. Nein. Blabber. Oh, der heilt sich auch, ne? Shit. Shit. Shit, der hat sich geheilt. Ach, scheiße. Okay, Doppel... Doppelwaffen sind... Ach, scheiße. Doppelwaffen sind geil. Oh, das haut schon rein. Oh, das haut schon rein. Wenn der rein... Wenn der da rein... Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh, das haut schon... Doch, doch. Sehr guter Schaden. Nein, gegen den Scheiß-Forsten gehauen. Forsten-Tor. Ja. Wunderschön gekämpft. Ich meine, dann hätte ich leichtes Moveset. Hätte ein leichtes... Ja, ja. Ja, geht, geht. Ich habe jetzt gerade neue Waffen geholt. Jetzt hast du Abschied nehmen, mein Lieber. Sag, right, und Aegean. Ich habe sie lieb. Oh, wirklich noch eine Palastschlüssel? Weggeworfener Palastschlüssel. Verdammt, wohin denn jetzt? Wenn du eine packst, musst du zur Bibliothek von Real Lucaria und es in diese Kiste, die du jetzt aufmachen kannst. Zur Bibliothek in Real Lucaria? Groß... Okay, war da, war da, war da, ein, äh, war da, ein, äh, wer ist es? Eine Kiste, die ich nicht gesehen habe. Wo ist denn eine Kiste hier? Ja, André, ich habe gerade neue Waffen geholt. Ich habe jetzt, wollte ich testen, hier, Godrix Waffe, Schwert und, äh, die neue hier. Ah, da ist eine Kiste. Neben der Frau, ja, jetzt sie ist. Wecker auf, was Schlüsse benutzt. Und, mhm, dunkle Mondring, jawoll. Müssen wir den anziehen? Äh, nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Auf jeden Fall, die Godrix Waffe ist echt Schmutz. Das, leider, muss ich sagen. War nicht geil. War nicht geil. Nee, jetzt solltest du selber wissen, worin es geht. Ja, wieder dahin, genau. Jetzt haben wir ja den Ring. Ah, warte, wo war das? Hier. Äh, nee, du musst den anderen anziehen. Okay. Auf jeden Fall, äh, die Waffen sind nicht so geil, wie gedacht. Aber wir testen noch ein bisschen. Wir testen noch ein bisschen. So, sonst nehmen wir gleich unsere... Mal sehen, mal sehen. Ich probiere noch ein bisschen mit denen, warum nicht? Ist mal wieder eine Abwechslung, ne? Und wenn, dann können wir wieder die anderen Waffen nehmen. Haben wir ja noch frei. Ah, warte, falsch, ne? Wohin laufe ich denn? Von hier bin ich noch gekommen, oder? Oder nicht? Halb auf den Guck und Kitbu. Äh, bei mir? Nee, gar nicht. Eigentlich gar nicht. Also bei mir ist Skip, glaube ich, ne? Ich würde sagen, easy Skip. Ah, hier. Ja doch, hier, das ist richtig, oder? Bin ich von hier gekommen? Ah ja, Verwirrung hoch 1000. Und? Okay, ich laufe mal jetzt mal hier hoch. Und wenn nicht, dann doch die andere Seite. Was ist hier? Sind wir hier richtig? Nein, hier bin ich gekommen. Ach, scheiße, oder? Wir haben den Gucko, aber manchen Werbe gegönnt. Werde jetzt bei Gucko Geschäfts kriegen. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ah, ich bin so ein Hype of Jubiläum. Die zwei Charaktere haben mir so angetan. Mich juckt Gucko und Kitbu nicht. Also nicht wirklich. Also wäre schon geil zu haben. Kitbu, ich liebe Kitbu. Wäre geil. Und Gucko auch voll geil. Aber halt, ja. Kann ich nebenbei ziehen, meine ich so. Die kommen noch genug in den Banner zurück, glaube ich. Warte, das war doch richtig, ne? Ich bin von hier gekommen. Oder nicht? Ja, ach, scheiß drauf, Junge. Ich hab keine Ahnung. Ich hätte doch den Aufzug. Ich hätte den Aufzug benutzen sollen, ne? Egal, gucken wir mal. Ja, 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 bin ich hier angekommen? Ja, ich bin doch hier angekommen im Sarg. Ach, scheiße. Der Aufzug war richtig. Na, egal. Ja, perfekt. Lass uns alle zusammen laufen. Runde, ja. Ja, komm, hier, so geile Location kann man auch laufen. Ich sage, guck mal, wie das aussieht, Alter. Richtig geil. Ja. Oder? Einfach nur Stylomat. Wollte nichts sagen. Ja. War gut so, Mann. Nur meine eigene Fehler sind. Wenn, 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 wenn Gedächtnis wie ein Fisch, Alter, dann, da muss ich auch laufen, selber schuld. Ah, sieht das geil aus, ja. So. Dann rein da. Bin gespannt. Wie, dann, ey, sagt mir nicht neues Gebiet. Wenn noch ein neues Gebiet, dann holy shit. Dann holy shit. Also ich erwarte nur jetzt Aufzug hoch und dann, und dann einfach nur neue Boss. Äh, wenn, dann mache ich nur drei, für günstigsten bei den Bannern. Vielleicht das auch. Aber das Problem, ich habe nicht mal so viel. Okay, ich habe nur 400 Zones jetzt. Wenn ich für günstigste raushaue, dann habe ich ja dann nachher nur 100 oder so. Ja. Weiß ich nicht. Ja, okay, während der Celebration gibt es ja dann noch. Weil die Banner sind schon Schmutz, so, ne. Ich kaufe mir lieber. Ich habe 1900, 2000 Coins. Ich kaufe die mir nachher mit Jups oder so. Den Goku kaufe ich mir. Scheiß drauf, wenn er wiederkommt. Oh, es geht wieder auf. Ja. Mondlichtal. Nee. Alter. Sag, neues Gebiet. Oh, neues Gebiet. Holy shit. Ja. Oh, das ist nur Boss Area. Nein, neues Gebiet einfach. Wo sind wir? Nee. Wir sind da oben. Ach so. Ja, moin. Ich habe die ganze Zeit rumgehampelt. Und ich dachte, wie komme ich hier hoch? Alter, ja. Wie komme ich denn hier hoch? Und so kommen wir hier hoch. Ja, perfekt. Dann ist es zu uns und der ist free. Kann ich nämlich mit. Den Banner mit Bulls, Topf und von Goku und Schmutz. Ah, okay. Ja, gut. Dann machen wir 110. Stimmt, 110 nur. Ja, doch. Dann nehme ich mit. Step up mitnehmen. Ja, hast recht. Sehr gut. Ruine von Malfolks. Ruine. So, hier ist Save Dungeon, oder? Oh, Items. Oh, Bombe. Oha. Oha, richtig starke Bombe hier noch. Zack. Zack. Jo, weg, 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 weg. So, Minen. Alter, richtig Minen fällt hier. Was mit hier? Hey. Schieb keinen Stress hier. Kein Stress schieben. Oh. Das war's? Kein unter hier. Ey. Oha. Oha. Wie viele? Ach, scheiß drauf, Mann. Ihr kennt mich mal, Magier. Darauf erbrüßt. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ja. Ja. Also. Ich feiere beide auf jeden Fall. Also beide sind geil. Würde ich gerne haben. Aber wie gesagt. Banner, Schmutz und... Oh, Drache. Drache. Hallo, Drache. Verdammt, ich mache kaum Schaden mit den Waffen. Das ist Schmutz. Ich würde sagen, ich reite weg und rüste mir eine neue Waffe aus. Wo ist meine Waffe? Schneller, 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 Drache kommt. Drache kommt. Wo ist meine schwarze Flamme? Hä, wo? Wo habe ich die versteckt? Die war doch immer hier. Hier. Oh, holy shit. Das war knapp. Oh, Volltreffer. Volltreffer. Oh, der Stampfer. Ey, ich bin gerollt, Alter. Das erzählt doch keinen. Ja, getroffen noch. Tja. Hoppala. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, der teleportiert sich, holy shit. Seit wann das denn? Ach so. Ah, der war zu weit weg. Du bist zu weit weg geflogen. Ach, scheiße. Hat der mich einfach. Was macht der jetzt? Ja, komm Nein, 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 nein Nicht so Mach doch nicht so ein, Alter Ey, warum? Nimm Stein Ja Oh, nicht getroffen Was macht er, was macht er, Alter? Oha Jo Okay Okay, der Rest machen wir auf Pferd, Mann Ey, dieses Hoppala, hoppala, hoppala Oh, fast runtergefallen Oh, hat er ein Schwert? Der hat ein Schwert, oder? Ich glaube, der hat ein Schwert dabei, ne? Oh, ja, Mann Gestäckert Ah Ja Oh, der war vor Doppelgänger Mein Dupe Oh, Adult Mondklinge Ja Ich nutze schon lange kein Zauber mehr Dupe Wir brauchen kein Dupe, Mann Wir machen so Easy going Oh, wir haben kaum Heel noch, ne? Ich hoffe, jetzt kommt nicht hier noch einer direkt Oder? Ah, Otter, Gnade, ja, perfekt Kommt, äh, Sternensplitter Ah, verdammt, ich hab Ey, ich vergesse immer Rundbogen Sag, hätte ich noch vorm Kampf aktivieren sollen Und nicht nach dem Kampf Sternensplitter? Ey, was bringt denn Sternensplitter? Rundbogen weiß ich nicht In drinnen ist doch Loch Da musst du vorsichtig runter Echt, war da eins? Hab ich nicht gesehen Sternensplitter Überall Sternensplitter Was ist denn hier los? Ich muss mal nachlesen Sternensplitter bringen Aber ich hab nicht gesehen Loch Ach hier Das meinst du Ah, wo du gerade bist Ja, ja Ich dachte Der Loch Lass mal gucken Was bringen Sternensplitter hier Nur zum Schrittweise FP zu regenerieren Ach so Oh, ja Ja, gut Kann ich auch mal einsetzen Mach ich gar nicht Mach ich kaum So, sollen wir wieder die andere Waffe nutzen? Obwohl, die waren schon shit Die war schon shit, die Waffe Hat mir schon Hat mir kaum gefallen Obwohl, diese Eis war geil Eis war ziemlich geil Wo haben wir die Waffen nochmal? Ja, holy shit Einfach viel zu viel schon Und zwar Die Eisklinge war geil Hier Die hier Die ist geil Und die Zweitwaffe Die von Godricke Schmutz Einfach Aber gut Ich hab die jetzt aufgelevelt Nehmen wir mit Nehmen wir mit So Unser Stein haben wir dabei Ja Hab ich aktiviert? Ich hab aktiviert, ne? So Was ist hier oben? Hab ich alles abgecheckt? Da hinten nicht, ne? Da ist safe irgendwas Da ist safe irgendwas Ah, gucken wir nachher Wir erkunden erstmal das Loch Okay, hört sich komisch an Aber, ja Wir erkunden Dungeon, meine ich So Let's go Ah, ah Sieht nach, ne? Sieht gefährlich aus Ja Sieht nach Tod aus Oder? Ne, geht Ja, geht, 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 geht So Rein da So Ob in dem Baum hier Oh, wir kommen gleich wieder unten raus, ne? Sagt bloß Ich wollte die ganze Zeit hier hoch Jetzt sind wir hier oben Und dann Geht's wieder nach unten Gleich kommen wir in diesem Dorf raus Oh, was hier? Finger? Eine Hand? Da ist der Wer ist das denn? Ring tragen? Holy shit Was ist denn hier los? Das ist die Das ist die Die zauberen, ne? Wir haben ihre Ausrüstung ja geklaut Die hat jemand getötet oder was? Das ist Rani Das sieht ziemlich, äh, dings Gruselig aus Den Ring Oh, heiraten Die hat doch schon einen Romantik pur Unsere Finger sind behaart Was passiert jetzt? Haben sie zurückgegeben Nice Lebt hier gleich wieder? Oh, ah, die verschwindet Oh nein, traurig Oh, traurig Oh, da ist die Da ist die andere Ah Also wart ihr es Der mein Fürst werden wollte Vielleicht hätte ich euch nicht warnen müssen Ich werde nun gehen Ich werde nun gehen In einen Nachthimmel Dort findet ihr meine Ordnung Ich bitte euch Schlagt einen Weg Der Fürsten Und ihr alles vollbracht Werden wir uns wiedersehen Was heißt denn Weg des Fürsten? Ja, ey, sag mir irgendwas Was soll ich machen? Was soll ich machen? Wohin? Ja Oh, guck mal Guck mal Yo Guck mal Mein, 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 mein Mein, äh Ihr wisst schon Was hier? Dunkelmond Großschwert Ja Das ist geil Oder? Dunkelmond Großschwert Kann ich nicht nutzen Bestimmt, ne? Brauche ich Stärke Dunkelmond Großschwert Dunkelmond Großschwert Oben bestimmt Dunkelmond Großschwert Hier Dunkelmond Großschwert Weisheit 38 Oh Oh Aha, Ende Ja, gut Oh, wir haben Ey, wir haben 100.000 Seelen Wir haben 100.000 Seelen Ja, gut Das heißt, das bringt nichts Was, wenn ich die Waffe nehme? Kann er dann immer noch Diesen zwei Nicht das Können wir immer noch Zwei Ne, können wir nicht Kein Doppelangriff machen Schade 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 Na gut, dann die Ja gut, dann haben wir das, ne? Haben wir jetzt erledigt Was hat ihr gesagt? Das ist eine Waffe bekommen Ja Waffe haben wir Das heißt Hier sind wir jetzt Soweit durch, ne? Das heißt Was fehlt mir noch? Ah, hier Grabstand Geil mir Haben wir auch nicht gemacht Ich hab Ich hab letztens So rum Offline Ein bisschen abgecheckt Wo noch Dungeons Offen sind Dann hab ich dem Ein bisschen gespeichert Ah, nee Quatsch Das ist doch wieder Der scheiß Dungeon Ah, weg hier Jedes Mal das gleiche Vergess ich Alter Das mit dem Damit ist die Quest vorbei Perfekt Perfekt Was wäre dann noch Andere Quest Noch Quest Irgendwas hatte ich doch noch Glaube ich offen Irgendwas hatte ich noch offen Ach stimmt Ich hatte ja noch Das Gebiet freigeschaltet Das Gebiet Das hier Ne? Aber gibt's da auch Ein Boss? Mosele Ich war da noch Nicht so komplett Diese Mosele Übrigens Da ist da auch noch Ein Boss Bestimmt, oder? Oder ist da kein Boss? Da war nicht viel zu stark Gegend Da war ich wieder raus Die haben ihn Komplett zerstört In dem Gebiet So Das heißt Wir haben Ich muss gleich gucken Was noch aufgeht Das in Unter der Hauptstadt War ich ja auch schon Abgecheckt Unter der Hauptstadt Das hatten wir hier Glaube ich auch schon Durch Ja So Das nächste Das heißt Diese Meteoritenanschlag Hatten wir auch schon Von Radaren Welche Bosse fehlen denn? Noch Hauptboss irgendwie Was ist jetzt hier mit Heiliger Ost vom Tor Und hier Irgendwie Turm Oh ich könnte wieder Zu dem einen Typ Wo ich hab mich Letztes Mal teleportiert Und der hat mich Einfach so angegriffen Der war auch Hey Ich hab deine Waffe Oh ich hab deinen Thron Zerstört Entschuldigung Ach der lebt gar nicht mehr Ich hab letztens noch mit ihm geredet Wo der hier lag Er ist wohl ausgetrocknet Schade So hier können wir immer noch nicht rein Oder? Und drüge Dornen weisen alles In jedem ab Niemand Vergängt es Zum bla bla zu gehen Da können wir nicht rein Okay Das heißt Hier Herr Heiliger Turm Ah warte 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 Aufzug Ich hab gesehen Aufzug Wenn wir haben Den zweiten Medaillon Dann bringt der Aufzug Uns woanders hin So wie ich verstanden hab Und zwar genau Wir sind hier vor dem Aufzug Lass mal gucken Und da können wir aussuchen Glaube ich Wo der uns hinbringt War das so? Hier guck mal Medaillon Geheime Medaillon heben Geheime Medaillon heben Ja Ich hab den Einfach rechts links umschalten Jetzt kommen wir woanders hin Das hab ich letztens auch gesehen Dass man umschalten kann Aber ich hab den erst letztens gefunden Deshalb Sag bloß wieder ein neues Gebiet Holy shit Geheime Gebiet wieder Yo Okay wo bringt der mich jetzt? Der Aufzug wieder Stimmt Damals war nach oben Ne Oder war damals nach unten? Ich weiß nicht Irgendwo Irgendwo schickt er mich jetzt auf jeden Fall Jungs Wann fängt es denn an? Irgendwann jetzt Demnächst Diese Woche? Schon? Ne Ja weil Vegeta Da hat doch Eine zwei Wochen Nur gedauert Oder ist noch die Woche Vegeta Oh ja Morgen Kommt Chain Battle Ah ok Alles klar Ah Chain Battle Stimmt Vegeta Chain Battle Das heißt die Woche ist noch Vegeta Ja ja Die nächste Woche dann bestimmt Ne Okay Was ist hier? Schnell mal hier Unsere Laterne anmachen Geht es da runter? Es geht da runter Aber Nicht guter Weg Und dann soll es neu kommen Perfekt Perfekt So Das heißt Los geht's Neues Gebiet Yippie Ey unser Unser Umhang Richtiger Yo Richtiger Bayblade Geheimfahrt Zum heiligen Baum Das ist das? Oder auch zum heiligen Baum? So zerstören wir den heiligen Baum? Ja Bestimmt Ne Ist das die Quest Zur Zerstörung Der heiligen Baum? Oh Hier wird ein fetter Boss sein Bestimmt Bestimmt Scheiße Die Augenbesitzer Zittern Das Auge des Besitzers Zittert Ah Diese Viecher Mann Ja ja Oh Da sind meine Schergen Stimmt Kann ich die beschwören? Ah Ich kann die nicht beschwören Oder was? Oh Der hat diese Kralle Hab ich auch Mann So Die Kralle haben wir auch Hier kann man runter Oder was? Es wurde Irgendwas So Wo ist der? Kommt einer von mir Öh Oh Oh Was? Hä? Ah ja Die dürfen auf einmal Alle drauf hauen Ich nicht Kämpfen die gegeneinander Oder nicht? Nein Die kämpfen nicht Gegeneinander Ja perfekt Den ist scheißegal Aber auf mich Gehen alle drauf Hä Das ist ja unfair Die schlitzen von hinten Und dann kommt so ein Typ noch Ich weiß was ich mache Das heißt Ja Tut mir leid Aber wir holen unsere Unsere Klinge Ich brauche eigentlich so Kann ich nicht Klinge machen Noch Favorite Favoriten Klinge so So Komm her man Ach scheiße Scheiß ich will meine Waffe langsam auf level 10 machen Auf stufe 10 wäre geil Auf stufe 10 wäre richtig geil Ach scheiße Boah habe ich ihn? Noch nicht Zack 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 Ihr nervt Mich Komplett So Ih Achso Ah komm nochmal Flamme Und rein damit Ja man Wie viel Ah 5000 Wir haben 160.000 Warum mache ich denn kein Level ab? Ach scheiße Ich hab kein Ich hab Oh ich brauche Oh der Gnade Scheiße Gar nicht aufgepasst 160.000 Seelen Zack Weg mit euch Ja Geister Lilien Griber Lilien Ah ok Oh ja Oh der Gnade Perfekt Perfekt Oh es geht wirklich raus ne Neues Gebiet Fuck Neues Gebiet Geil Stufenaufstieg Geschick auf 40 Ja Geschick auf 40 Machen wir wie viel 40 Oh Nebel Schneefelder Schneefelder Ah Nochmal Das Schneegebiet Yo Halleluja Ich seh gar nix Perfekt Rede Raum Hi Zeig mir den Pfad Oh sanfter Strahlender Der Verheißenden Pfad zum Himmelbaum Ja 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 rede weiter Alter Oh Hört ihr mich Ich bin Le Latena Wir sind nun im Land von Mikvel Heiligbaum Wo Lobo und ich unsere Reise begangen Dachte Heimat Naben Verdenke ich ausschließlich euch Das große Schneebedeckte Land erschreckt sich in den Norden Ja Liegt der Ort an und zurück An dem ich zurückkehren muss Ja Perfekt Ich seh gar nix Was das Scheiße Kann ich nicht hier Hauchen Wind Einsetzen Und dann hier alles weg Geht's da runter Ja bestimmt Oder Das sieht so aus Nee Geht nicht runter Oh hier Türme irgendwie Verdammt Ich seh gar nix Hell Es geht nicht mehr So Wo sind wir hier Ah hier Ja ja Perfekt Karte Braucht wichtig Karte wenigstens Was hier Nix Ja Da ist unser Punkt wenigstens zur Karte So können wir uns Oh Oh Der Gnade nochmal Ja perfekt Sehr geil So Was brauchen wir denn hier Feuer Können wir wieder Amitraso hier benutzen Ja ne Amitraso ist okay Amitraso ist doch voll dabei Was habe ich irgendwie Neue Aufrufungen gelernt Vielleicht Die ich nutzen kann Äh Stufen Zauber lernen Äh Die Kralle ist schon geil Kralle ist Oh hier Das könnten wir wieder tauschen Aber ich hab nix Ne Vielleicht so ein Ja was ist das nochmal Waffenfeuer Eis hauch Ne auch nicht Fäulen hauch Auch nicht Stein Das hier noch Vielleicht ne Diese Werfung Ist auch gut Was ist das nochmal Ja weiß ich nicht Scheiße War nix So Zauber lernen So Nix Oh hier Ja doch Warte Flamme Flamme Oden Flamme ist gut Flamme Ja wir sind ein Eisgebiet Feuer gegen Eis Ist gut Oh da Gegner Ja Sehr gut Gegner Ist sie gar nix Irgendwas leuchtet Ich höre hier Leuchten Glitzern Oh ne Sag nicht Wölfe Nein Keine Wölfe Ich hasse Wölfe Woher Oh der reitet Der reitet Wölfe Scheiße Drache alter Nein Oh der hat mich Holy shit Ja ich muss auch Reiten alter Der reitet Auf den Ich will auch Einen Wolf Scheiß auf mein Pferd Alter ich will auch Einen Wolf Das wäre geil Er kommt Per DLC Ich call Ich call es Das kommt Pferd Nicht Pferd Kommt ein Ein Wolf Kann man reiten Auf Per DLC So komm 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 Wo bist du Nein 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 Der hat mich Alter Ich konnte nicht rollen Ich habe hundertmal gedrückt Rollen 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 Der rollt nicht Ey Willst du mich verarschen Ich habe die ganze Zeit Den Aufladeangriff gemacht Ich hätte normal Angreifen sollen Ja perfekt Alter Yo Ich hole gleich Mal einen Stein raus Ey Haut ihr ab Alter Nervt komplett So wo ist der Ich komme hier nicht mal Weiter Ein paar Meter Warm Junge Nix da Denkst du kannst was Du kannst gar nix Ja man so geht das Warm Junge Ja Oh Ich dachte ich bin runter gefallen Ah der kann auch noch Angreifen Oder was Ja Ach scheiße man Was ist mit dem Typ Ist der gestorben oder nicht Oh One hit Wenigstens One hit Ist der nur da Ah der ist weggelaufen Jo Der hat seinen Tüter liegen gelassen Ist abgehauen oder Ich hätte jetzt gesagt ja Ja Katastrophe Was denn hier los Was Nein ein Boss Alter Nee Dein Ernst Nee Nicht Ich seh doch gar nix Wohin Ja Oh Ich dachte Ja Ich hab mir meinen Punkt Markiert Ich weiß wohin Alter Oh Oder Nein Das sieht aus wie Ne Nicht dahin Ich glaube hier Ist hier ein Weg Ich seh nix Alter Katastrophe Ist hier richtig Ja hier Ist irgendwo ein Weg Ja genau Ich hoffe Ich weiß es nicht Ich seh gar nix Ist hier Ort der Gnade Nee Ah Wohin denn hier Ja Ort der Gnade Perfekt Oh hier Ja Hier ist er weg Hier ist Schnee zu Ende Perfekt Oh verdammt Das sieht aus wie ein Boss hier Boss area Oder Nee Nee Ist einfach nur ein Feld Okay Schön Wölfe hier Reiten Ja Reiten durch die Gegend Ich meine die Wölfe Sind hier Zack Zack Karte Ja Karte Oh Yeah Wir haben ganz Karte erkundet Wir haben die ganz Karte erkundet Ja 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 Wir haben es Oh hier geht's Oh Hier ist Ist das der Baum Wir haben die ganz Karte erkundet Nice Nice Darauf ein Ein hier Ein Yippie Ja Wir haben die ganz Karte erkundet Nach wie viel Nach wie viel Stunden Habe ich das geschafft 83 Stunden Holy shit Yeah So Die nehmen wir mit Wie viel geben die Wie viel habe ich 3500 Seelen Boah das geil One hit Okay Wir vergeben Ich weiß nicht wie viel die geben Wir vergeben die 1400 1400 Geben die Das ist ja mega geil Oh Den muss ich erwischen Noch Wo ist der Wohin mit ihm Ja Kriegsarsche ruft Der weißen Schatten Oh Okay Ja gut 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 Da hinten ist eine Stadt Ja Oder eine Ja Eine Stadt So Ah Die Reiter Wieder Ey Der Bogen Ist ja extrem nervig Der Bogen Ist ja extrem nervig Na der erwischt aber nicht jeden Wo ist der Boah Da hat den salto gemacht Ey scheiße man was Noch einer Da ist ja noch einer Da ist der große Oder Spaß Ja Hau rein Chris man Spaß ist etwas anderes Hier jetzt auf einmal Auf einmal Die Nerven Ja unnormal Ey Ne Meine Nerven Meine Nerven Sind am Ende Ne Hör auf Echt jetzt Boah Die sind aber Übelst nervig Ne Auf dem Pferd Ja Was für Pferd Alter Auf den Auf den Wolf Mit Pfeilenbogen Scheiße So muss ich bald Meinen Pfeilenbogen Rausholen So muss ich bald Meinen Pfeilenbogen Rausholen So Den hier Ach guck mal Ich hab den rausgehauen Guck mal So geht's Ich kann den runterkicken Ich kann den runterkicken Und danach geht eigentlich Die Wölfe gehen Glaube ich Wer schießt denn hier Ach der Ach scheiße Boah Absolut nervig die Hunde Aber gut Aber gut Knochen mitnehmen Knochen mitnehmen Weitergehen So Was ist hier Oh Zum Glück sind die One Hit Heilige Scheiße Zum Glück Und geben einfach 1400 Wie geil Ich brauche Ich brauche so So ein Riesenangriff So ein So ein Flächenangriff Der alle trifft Oh yeah Ah da ist Designer Was haben wir hier Hier haben wir noch Ein baum Wir haben noch Ein baum Okay Hier oben Gibt es auch noch was Sag ich muss irgendwie Von anfangen Wo bin ich Hengs gespawnt Hä Schneefelder Hier Hä ist das Soll das ein Fluss sein Ah da ist Gefrorener Fluss Also Ich dachte Hä ich habe doch Gar kein Fluss da gesehen Aber logisch Oh my friend Again Ja Das ist doch Meine Buddies Oha Was wollte der denn Machen Der wollte Eine Rigi Diskus machen Der wollte Energiediskus machen Da sind Krillins Ja Da sind alles Krillins Einfach Was mit den anderen Machen die noch Energiediskus Vielleicht Ja Der macht Energiediskus Scheiße Krillin Ja My friend Holy shit Ja Der hat mich Die sind ja nervig Was Alles ist nervig Verdammt Ich glaube ich musste Ich habe meine Seelen Und dann Und dann für heute Wir haben Sonntag Wir haben entspannt Und ich muss hier Um Krampf Paar Dudes Hier Paar Krillins Verlatt machen Meint ihr Die haben sich wirklich Hinspiegeln lassen So Ah komm So ein Glatzkopf Ah komm Wir geben den Was kann noch mal Krillin Energiediskus Komm wir geben den Energiediskus Und zack Auf einmal hat er Energiediskus Ey der macht den Der macht den Rat Den Rat 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 So mitnehmen Oh Ich habe meine Energie Gar nicht mitgeholt Oh Oh Wer schießt denn da Mann Spucken hier Da macht er wieder Energiediskus Weg 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 Ich will noch mal Dass der Energiediskus Macht Woher schießt er denn Ach da oben Nervt doch nicht Boah den hat er schön Boah hat er mich erwischt Der hier Du bist nervig Der spuckt hier einfach Boah wie viele Ne Ja Wie viel Oh 99 100.000 Komm wir machen noch Level Up Noch ein Level Up Machen wir doch hier So sehr gut Ja Volltreffer Kompletter Volltreffer Sehr geil Oh da oben Hä Wieso sind die überall Ja okay Oh Mit Sprung klappt auch Sehr geil Ist da oben einer Ich habe das Gefühl Da oben ist einer Ja da oben ist einer Nein Ist er weg Er ist weg Wo ist er Ja man Oh Schmiedestein 8 Das ist nice Komm schon Sehr gut Ich weiß gar nicht Wie viel brauchen wir Für ein Level Up 128.000 128.000 Würde ich doch jetzt mitnehmen Hier oder Guck mal Wir nehmen hier Drachenwut Ja Oh Energiediskus Krälin Krälin Äh wie geil Ratschlag Krälin auch Oh der macht Eishauk Eishauk Wieder Energiediskus Okay Ah die Flammen können Ich kann die Öfter einsetzen Oh Nee Nee Oh Mein Leben Alter Guck mir Mein Leben Scheiße Dieser Dud Alter Den juckt er Gar nichts Scheiße Den juckt er Gar nichts Was ist das ich hier mache Guck mal wie die Mein Dupe Nerven Perfekt So Dupe Komm mit Oh Was ist hier Ist hier noch Was versteckt Nein Leider nicht Leider nicht Okay Ja geht es weiter Nach oben Ja komm Nach oben Checken wir noch aus Was da abgeht Schon nervig Die Typen hier Oder das war's Hä Achso Hä ich hab gedacht Hier ist jetzt noch was War das knapp War das knapp Wo hat denn der eine Energiediskus geschossen Von irgendwo Von irgendwo habe ich Von irgendwo habe ich Okay Einer ist noch hier Der mit sein Hau weg Mit deiner Rüstung Hier geht es ja gar nicht Weiter Hier geht es ja gar nicht weiter Man ich hab gedacht Jetzt hier geht es hoch Oder so Aber hier geht es ja gar nicht Nach oben Oh da hinten ist was Ah ne das Da war ich doch Kann ich hier hoch Das wäre jetzt natürlich cool Äh wenn das klappen würde Was ich glaube auch klappt Vielleicht Abkürzung Irgendwie Ja oder Aber in der Da hoch Komm schon Ich weiß nicht Ob das klappt Sieht nicht so Nach aus Ich sollte nicht Von unten hoch Ich glaube Das ist nur Von oben runter Aber ja Ich hab's versucht Wenn es gegangen wäre Wäre es gegangen Okay Schade Dass hier nichts ist Wir haben Wie viel haben wir 114.000 Seelen Ja gut Das heißt Hier unten Ist nichts Ne Ja safe Da oben Baum einfach Ich muss irgendwie Außenrum Hier außenrum Und dann nach oben Safe Guck mal Hier geht es doch Safe irgendwie hoch Und da ist auch Ein Baum Ja guck mal hier Kennen wir schon Aufrufung Da ist Blitz Warum ist da Blitz Dahinter uns ist Blitz Was ist hier Ach das ist Wie da hier Dieses Feld Ich verstehe immer noch Nicht dieses Feld Was das bringt Also natürlich Sind hier Items Aber Warum es da ist Weiß ich nicht Egal Nicht schlimm Würde ich sagen Okay Hier oben Sieht nach einem Neuen Gebiet aus Ja doch Hier ist Baum Boah Vergiftung Vergiftung Oh die haben Neue Moves Alter Neue Moves Die haben einfach Neue Moves Gelernt Nice Die haben wirklich Neue Moves Gelernt Oh ich verbrauche Die ganzen Flaschen Jetzt Oh hier Kommt jetzt Ein Boss Weil wir sind Jetzt an einem Baum Jeder Erdenbaum Hä Okay Da kommt er Wieder Okay Gut Bis jetzt geht's Hä Kein Gegner Am Baum Das ist jetzt Neu Normalerweise An jedem Baum War aber Fleckte Blume An jedem Baum War ein Gegner Hä Nein 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 Oh Fast bin ich Gestorben Okay Perfekt Hat doch geklappt Fast wäre ich Aber da Nein Erfass wäre ich Unten Gewesen Okay Sehr gut Das heißt Hier nehmen wir Alles mit Aber ja Kein Gegner Bis jetzt Ja Safe ist der Gleich Ach Hier ist Der Hier ist Der Schallach Fäule Oh Ich hab gar nicht Guck Ich hab kein Leben Boah Was? wieso wieso bin ich gestorben ich habe doch noch nicht ich habe doch nicht mal dings kassiert ja ich bin nicht aber ich habe die stelle erfolge aber doch nicht voll ich habe aber einfach da waren so blut drumherum drumherum waren so angriffe leider die mich erwischt haben schade ja der boss geht ja voll der ist okay der ist so richtig machbar so richtig machbar der haut natürlich richtig rein jetzt richtig rein ja der hat mich scheiße guck mal meine 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 flamme wie viel die reinhaut ich darf aber nicht scheiße mann ich darf nicht ja ich muss full life sein wenn ich die attack raushauen ich muss full life sein dann geht die ne ich bin jetzt schon nicht full life was mache ich denn auch okay Ja, guck mal, ja, das macht Schaden. Ja, Alter, kann ich nicht nach vorne, ne? Früher da konnte ich richtig gutem angreifen. Ja, komplett, boah, komplett kriege ich nicht durch. Boah, wieviel Schaden das macht. Wieviel Schaden das macht. Natürlich, diese Flamme auf Entfernung wäre geil. Auf Entfernung, diese Flamme wäre. Boah. Boah. Ja. Ja. Sag, Mann. Jawoll. Perfekt. Was? Achso. Gesprungen Dorn-Trainer. Ich wollte dann gesprungen. Kristall-Trainer. Ich wollte schon sagen, hey, hat nichts gedroppt oder was? Hatte nichts gedroppt? Doch, hat gedroppt. Perfekt. So, let's go. Baum erledigt. Ja. Das heißt, diese Seite haben wir auch schon. Geil. So, das heißt hier, 280.000 Seelen, holy shit. Reicht das bald schon für zwei Level Ups? Ne, reicht immer noch nicht. 20.000 noch. Alles klar, Jungs. Ich mach für heute Schluss. 83 Stunden Level 140. Yo. Im Schneegebiet. Cool, dass ihr dabei wart. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal wieder rein. Bis schon, tschüss. Eine gute Nacht. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ich bin raus.